Das hier ist die Story. Leon stellt einen historischen Farmer dar, während ich eine Stadtwache darstelle. Wir wurden von dem Königreich Dagon losgeschickt. Wir wurden losgeschickt, um eine neue Stadt aufzubauen. Beziehungsweise erstmal einen Außenposten. Genau. Hierzu wurde ein Farmer und eine Wache entsandt und ihr werdet dann im Laufe sehen, die Stadt, also beziehungsweise erstmal die Farm wird sich wandeln, es wird aufgerüstet, es wird weiter aufgebaut. Wir laufen jetzt erstmal einfach hier raus und suchen uns eine schöne Gegend, wo wir dann anfangen können zu bauen. Genau, weil Dagon liegt weit, weit dahinten, irgendwo in den Alpen oder was auch immer das hier für Berge sind. Und wir wurden ausgesandt, um einen neuen Außenposten in der Steppe zu erstellen, zu bauen. Zu erstellen, zu bauen, alles das Gleiche. Ja, irgendwie sowas. Genau, ich würde sagen, wir sind hier schon so. Ja, das sieht gut aus. Da vorne sieht's aus, sieht's aus, sieht's aus, sieht aus, sieht aus. Wie ein schöner Wald, ein Laub. Laub, Wald, Laub. Laub ist schön. Ja. Wenn man es nicht wegmachen muss, ist Laub das Beste. Ja, wow. Ich bin fasziniert von dieser Weite der Landschaft. Ja, die ist wirklich recht groß, also ideal für eine Stadt, würde ich sagen. Würde ich auch behaupten. Ich lauf dir mal einfach so hinterher. Du bist so hektisch und es leckt einfach nur total bei mir. Ja. Vielleicht sollte ich gleich noch mal etwas an meinen Einstellungen ändern. Aber so lange versuche ich erst mal, dir hinterher zu hüpfen. So, ich habe, wir haben hier einen Hügel. Cool. Der sieht gut aus. Ich finde, wir fliegen erst mal kurz hoch. Genau. Da könnten wir die erste Ebene hier abschürfen und dann haben wir schon mal einen großen Hügel für eine Farm. Genau. Also wir bauen jetzt erst mal eine eine Farm. Eine Farm. Einen Farm und dann einen Wachturm. Da weißt du. Ähm. Okay, dann. All Farmer und Wache, weißt du, ne? Ja. Weiß Bescheid. Fangen wir erst mal an diese Ebene hier abzutragen, glaube ich. Genau. Mega OP, weil Farmer kann viel buddeln, ne? Ja, also ein Farmer und eine Wache, die sind sowieso dafür prädestiniert, das perfekte Team abzugeben. Ja. Vor allem, wenn man zu zweit durch so einen Wald läuft, da wählt man nicht schizophren, paranoid oder sowas. Nö. Weiß ja. Haben wir schon auf jeden Fall gemacht. Durch den Wald gelaufen? Ja. Ich merke, es laggt. Ah. Okay, ich gehe mal kurz in meine Options gucken. Und in der Zeit ist die Ebene hier schon fertig abgetragen. Das ist perfekt. Gut. Dann brauche ich nicht die kurz sich erstmal in irgendeine Ecke. Ähm. Und los geht's mit dem Farmerhaus, würde ich sagen. Boah. Minecraft has run out of memory. Das ist schon mal das Auto für mich. Ähm. Ich komm dann gleich mal wieder. Du kannst in der Zeit schon mal deinen Anfang setzen. Ich weiß nicht, woraus soll das sein? Das erste Haus? Aus Holz, würde ich sagen. Wir haben ja nur nichts besseres, ne? Ja, stimmt. Wir sind ja erstmal angekommen. Dann würde ich behaupten, aus Cobblestone und Holz wäre so das Beste. Ja, Cobblestone müsste ich erstmal in die Minigine gehen. Also ich ran jetzt einfach hier mal in den Wald und baue random einen Baum ab, aus dem ich so den ersten Farm baue. Du bist im Creative-Mode, mein Freund. Ich bin im Creative-Mode. Das heißt aber nicht, dass wir nicht farmen gehen müssen. Äh. Beziehungsweise, dass wir nicht irgendwas gesehen haben, um irgendwas verwenden zu können. Oder sowas. Könnte man machen, muss man nicht. Ähm. Ah, okay. Also ich finde es gerade ein bisschen hart. Sind los? Wenn ich das so zum Ausdruck bringen darf? Ja. Ist es irgendwie auch. Gut. Also das... Hallo. Ja. Das ist hier schon mal der erste Grundstein. Wow. Also... Wow. Ist das die Außen oder die Innenseite jetzt? Wo ist die Außen? Das ist die Außenwand. Also ist das jetzt Außen quasi, ne? Ja, genau. Ich versuche irgendwie mal so einen etwas, äh, ja, dreieckigen Hof. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Schaut einfach zu und, äh... Ja, ich, ich gucke dir mal von oben zu und dann gucke ich gleich mal, von wo ich den Dings setzen kann in der Zeit. Genau. Sehe und staune. Genau. Äh, Graphics. Fast. Fast. Er hat immer noch diese, diese Dings, Video-Lags, Leon, was ich gesagt hatte. Woran lag das nochmal? Ach, Multicore ist noch an. Default. Willst du mal noch? Cool. Es ist weg. Ja, gut. 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 Ist gut. Braves Minecraft. Okay, das ist jetzt schon mal ein mittleres Gehöft, was? Ja. Dann machen wir erstmal nur eine Etage, oder? Na klar. Und dann, ähm, werde ich, glaube ich, hier mal... Wo kommt die Tür hin? Hast du da schon eine Idee? Äh, hier. Da. Gut. Ja. Damit sie auch erstmal nur Eichenholz mitbauen können. Ich finde, Birke ist ja auch schön, aber ich finde so, so zum, zum Dings ist das nicht schön, zum Außenränder machen oder so. So als Verzierung ist Birke wohl ganz schön, aber sonst finde ich Birke nicht unbedingt so prasseln. Ähm, ich such dir mal kurz eine Tür. Eine Tür? Eine Tür? Als guter Minecrafter weiß man immer, wo die Türen sind. Ich weiß es leider nicht. Äh, ich spiele zwar viel Multiplayer, aber das heißt ja nichts. Eigentlich crafte ich mir auch die Türen und bin nicht im... So, da ist es. Eine Tür für den Herrn. Dankeschön. Kein Ding. Da steht sie. So. Eine wunderschöne Tür. Schau dir nur diese Verarbeitung an. Die einzelnen Bohlen, die Stahlrahmen hier oben dran und auf jeden Fall das Gitterfenster ist ein großer Vorteil bei dieser Tür. Ja. Eine ganz klare Kaufentscheidung für diese Tür. Creeperschutz. Creepersicher. Naja, nicht unbedingt. Naja, aber... Ich baue dir mal hier so einen kleinen Weg hin, weil ich denke, ich werde mein Wachtürmchen hier irgendwo hinsetzen. Am besten einfach direkt neben dein Häuschen ein kleines Wachturm. Dingswurms. Genau. Creepy Teil. Habe ich hier falsch gezählt? Alles passt. Ich glaube, ich baue das mal so hier hin einfach. Eins, drei, 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 drei. So. 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 Rechteckig ist gut. So. Ich habe das jetzt auch erst mal schon so ausgelegt, dass hier ein größerer Weg hinkommen könnte. Ich finde, wir können auch hinterher, wie auf dem einen Server, weißt du noch, da haben wir doch diesen größeren Stil gemacht, wo dann hinterher mit Wolle und sowas, weißt du das noch? Ja, ja, klar. Ich finde, diesen Stil könnten wir auch weiterbauen später, wenn so in die barocke Zeit geht. Ja. Können wir gut machen. Ja, dann schnappe ich mir auch erst mal kurz Holz. Ich bin erst mal gespannt. Ich habe jetzt noch nicht genau ausgeklügelt, wie wir bauen. Das machen wir einfach random. Ja. Wie machst du das so schräg? Die Treppen oder was? Nee, die Holzstämme so. Einfach an die Seite dran pflanzen. Also so klicken und dann, wenn du einen Baumstamm hier haben willst, an die Seite draufklicken. Ah, so. Okay, cool. Dankeschön. Verdammt, das wollte ich jetzt nicht, aber eigentlich. Ach, egal. Da kommt eh ein Holz drüber. So. Dann sind wir überlegen, ob das nicht schon fast zu massiv aussieht oder was auch immer. Ah, wenn es eine Etage ist, geht das eigentlich nicht. Ja gut. Also fürs Erste wird das bei auch noch so eine einzige Etage haben. Haben wir auch, glaube ich, schon mehr als einmal gesagt. Ja. Warum auch immer. Ja, weil du hast einfach nicht das Material. Genau, stimmt. Wir sind ja Farmer, die und alle, nein, nicht Farmer und Butler, sondern Leute aus dem Fernkönigkreis, äh, König, König. Königreich. Königreich Dagon, genau. Eigentlich sollte das mal wieder ein Ortec geben, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Wir sind gerade so schön im Bredefluss. Oder auch nicht. Äh. Entscheide dich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Genau. Ähm. Da passt er schon. Und ich habe völlig den roten Faden verloren. Dein Faden ist rot? Ja. Du hast keine Katze. Ich weiß. Was? Dann, dann funktioniert das schon mal nicht. Ja. Ja, dann hattest du also nie einen roten Faden. Ich finde, die Ortecs würden auf jeden Fall etwas Gutes abgeben. Ja. Und wenn wir hier jetzt zu viel rumfailen, würde ich fast sagen, dass wir es einfach nochmal nachvertonen, oder? Ähm. Jedenfalls. Ach. Es ist doch lustig, wenn man ein paar Versprecher drin hat. Ja, ja, ja. Aber wie lange ist das lustig? Das ist die Frage. Naja, relativ, ne? Wir machen es ja nicht extra. Na, stimmt auch wieder. Ich nehme einfach dieses hier, um mein Häuschen zu verzieren, ein bisschen. So. Zocker. La, 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 la. Hm, geht jetzt so. Sieht komisch aus. Ja, findest du? Mhm. Also ich finde, hier würde jetzt einfach so ein normales Dach drauf passen, so. Ich finde das eigentlich ganz schick. Das Häuschen, so. Wenn man da jetzt ein Dach ganz einfach drauf packt. Nehmen wir bei Nacht auch auf, oder machen wir einfach Takt? Äh, ich bin für Nacht aufnehmen. Okay. Halten wir mal den Redefluss am Laufen. Ja, genau. Der ist gerade ein wenig. Ähm, ja, es ist immer etwas, wenn man, wenn man jetzt halt gerade am Bauen ist, dann säuft der schon mal ab und zu ab, der Redefluss. Genau. Und man konzentriert sich so hyper-mega auf das, was man so tut und dann bricht das schon mal ein bisschen. Ja. Gut. Und diese Tür passt da irgendwie gar nicht rein und der Boden auch nicht. Ja. Der ist nämlich so total gleich. Hm. Ich glaube, ich nehme da auch ein bisschen was anderes, was Holz angeht. Ja. Ich habe da so eine größere Auswahl. Ich habe da mal was vorbereitet in meinem Baumarkt des Vertrauens. Aha. Aber wir haben ja auf dem Weg schon, äh, Kiefernholz sehen. Wow. Von daher können wir das eigentlich auch verwenden. Hm. Theoretisch. Ich gehe mal kurz meinen Müll auskotzen. Ich meine natürlich rausspucken, verschwenden. War. Duften so. Verschwende, meinen Müll. Habe ich eine Tür schon eingebaut? Weiß ich gar nicht. Ja, habe ich schon. Boah, was für eine Faszination. Okay. Ähm, Glas haben wir hier. Wunderschön. Top-Qualität. Sogar durchsichtig. Warum habe ich das Gefühl bloß, dass ich immer überdimensioniert baue? Weil du es vielleicht tust? Ja. Ich meine, ähm, wir sind Farmer, oder du bist ein Farmer, der gerade hier angekommen ist und hast direkt ein riesiges Bauernhaus. Das finde ich total realistisch. Weil ich meine nicht mit meiner Blockhütte hier. Ich bin ja total, ähm, ultramäßig. Ich hoffe, da passt das Nötigste rein, was man so braucht. Ha. Das auf jeden Fall. Muss ich erstmal reingucken. Was braucht man denn so zum Überleben? Fangen wir an. Ähm, ein Bett. Haben wir sowas? Ein Bett. Betten sind toll und bequem. Da kommt eins hin. Dann brauchen wir Kisten. Eine Kiste kann hier hin. Hast du gerade etwas gesagt? Ja. Da ist das, was ich dachte, dass es das war? Ja. Solltest du das vielleicht nicht sagen. Ha. Ja. Okay. Äh, wir haben ein Problem, nämlich passen die Glascheiben hier nicht dran. Das war perfekt von mir geplant. Äh, einmal umbauen. Okay. Die Crafting Bench passt da hin und der Ofen, der ist da. Ja. Braucht man noch was? Äh, äh, ähm. Irgendwas? Muss noch irgendwas in den Dings? Ich hab jetzt hier ein Bett, eine Kiste, Crafting Table und einen Ofen. Braucht man sonst noch was? Nee, ne? Eigentlich nicht. Na, gut. Sehe ich auch so. Genau. Aber wir haben jetzt quasi vom König in Dagon eine Vollmachtsbescheinigung für dieses Territorium erhalten. Das heißt, wir dürfen hier alles bauen. Alle Ressourcen nehmen, die wir brauchen und einfach dieses Land so ausbeuten, bis es nichts mehr zu geben hat. Davon bauen wir gerade dieses Mega-Bauernhaus. Irgendwie muss man es rechtfertigen. Genau. Obwohl ich ja nicht so für Rechtfertigung bin, aber Rechtfertigungen sind toll. Ja. Ich hab auch schon meine erste Beleuchtung hier drin. Mhm. Nachts dürfte es recht hell werden. Also mein Haus leuchtet wie so eine, keine Ahnung. Keine Ahnung halt. Ja. Wie ein, keine Ahnung. Keine, keine Ahnung. Keine, keine, keine. Ja. Ist ja egal. Aber es leuchtet. Genau. Darauf kommt es an. Nicht auf mehr und nicht auf jeden Fall. Keine Ahnung. 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 Ke